Eine Selbstauskunft. Schnell, sicher und zu 100% digital. Unsere neue SR Smart macht es möglich. Das ist doch höchste Zeit. Denn eine Selbstauskunft auszufüllen und zu verarbeiten ist bislang eine echte Herausforderung. Der Antragsteller erhält ein unübersichtliches Formular, das sich über mehrere Seiten erstreckt und mit der Hand ausgefüllt werden muss. Dann gehen die wertvollen Daten meist per Post oder E-Mail ungeschützt auf die Reise. Und am anderen Ende müssen sie dann irgendwie mühselig digitalisiert, sprich abgetippt werden. Die Folge Fehler, Stress. Unsere neue Selbstauskunft Smart-Lösung ist eine kleine Revolution. Die Idee dahinter? Ein einziges digitales Formular, das bequem über den Browser gelesen, bearbeitet und in jedem Arbeitsstand lokal gespeichert und gedruckt werden kann. Der besondere Clou? Individuelle Nutzungsrechte. Das Kreditinstitut kann frei bestimmen, welche Daten ein Vertriebler oder ein anderer Systemnutzer einsehen und bearbeiten kann. MONTO erzeugt die Datei vollautomatisch auf Knopfdruck und versendet sie per Link an den Antragsteller oder Vertriebsmitarbeiter. Immer im angepassten Design und mit einem individuellen Passwort geschützt. Alle Daten, die bereits vorliegen, wandern automatisch in das Formular. Alternativ können Vertrieb, Bankmitarbeiter oder der Antragsteller selber ein Blanko-Formular über die Webseite des Kreditinstitutes erstellen. Immer individuell und fallspezifisch. Um das Ausfüllen zu vereinfachen, existieren eine Vielzahl von Voreinstellungen, Auswahllisten und automatische Konsistenzprüfungen. Die Einwilligung bezüglich der Datenhaltung und der Abfrage der Schufa-Daten ist in der SA Smart mit berücksichtigt. Und sind mal Fragen kein Problem. Jedes Datenfeld wird mittels Tooltips erklärt. Schluss mit Zettelwirtschaft. Das Ausfüllen der Selbstauskunft ist einfach und kein Zeitfresser mehr. Der Antragsteller kann jederzeit abbrechen und das Dokument zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeiten. Auch dann, wenn er keinen Internetzugang hat. Verschlüsselt und datenschutzkonform wird das Dokument wieder zurückgesendet. Mit einem einzigen Mausklick Import übernimmt Monto die Daten aus der Selbstauskunft in das Kreditprocessing-System und prüft sie auf Konsistenz. Fehler werden auf diese Weise vermieden. Dem Nutzer des Systems werden Differenzen zu bereits vorhandenen Daten angezeigt. Hier kann fallweise entschieden werden, welche Daten übernommen werden sollen. Zusätzlich erfolgt eine automatische Ablage in die digitale Akte mit allen Originalangaben des Antragstellers, sodass hundertprozentige Revisionssicherheit vorliegt. Unsere SA Smart – eine große Revolution in einer einzigen kleinen Datei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017